Hey ihr Lieben! Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf unserem YouTube-Kanal. Wir leben in einer Zeit, wo alles so schnell läuft, wo der Zeitgeist sich immer wieder verändert. Aber was heißt es in dieser Zeit, auch auf Gott zu vertrauen und auf den Heiligen Geist zu hören? Es gibt etliche Nebengleisen, auch im Leben eines Christen. Was heißt es, diese Gleisen einfach zu vermeiden und wirklich sensibel zu sein, um Jesus wirklich nachzufolgen? Ich hoffe, diese Predigt hilft dir und ich wünsche dir Gottes Segen. Lasst uns mal zusammen aufschlagen, die Apostelgeschichte. Let us turn to the book of Acts, Kapitel 1, ab Vers 4, von Vers 4. Wir lesen mal gemeinsam von Vers 1 bis 6. Den ersten Bericht habe ich verfasst, lieber Theophilus, über alles, was Jesus von Beginn an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen hat er sich nach seinen Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Jahre lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihn, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die er sagte, er von mir gehört habt. Denn Johannes hat in Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Vers 6 sagt, so when the Apostel were with Jesus, they kept asking him, Lord, has a time come for you to free Israel and restore his kingdom. Habt ihr das schon mal gelesen? Einmal Hand hoch? Wer schon mal gelesen hat? Wer hat sich schon öfters mit der Apostelgeschichte beschäftigt? Wer hat sich schon öfters mit der Apostelgeschichte beschäftigt? Wisst ihr, dieses Buch ist sehr spannend. This book is very interesting. Es beschreibt die Situation der ersten Christen. Und dieses Buch hat Lukas geschrieben, ein Arzt. A doctor called Luke, he wrote this book. Und er schreibt es an Theophilus. Und he's writing it to Theophilus. Und ich bin nur ein Bote dessen. Und ich bin nur ein Bote dessen. Aber es ist was ganz Persönliche, was dich heute betrifft. Wisst ihr, wir leben in einem Zeitalter, wo jeder Mensch versucht, sich so dem Zeitgeist anzuhängen. See, we live in a time where everyone tries to adapt to this spirit of time. As soon as something comes out new, we want to have it. Zum Beispiel das neue iPhone, man sagt, ja, ich brauche das unbedingt. When the new iPhone comes out, we say, we want this. Es kommt ein neues Auto raus, ein neues Audi, ich will es unbedingt haben. There's a new car, and then we want to have it. Ich will dies und jenes haben, sobald es auf dem Markt ist. Whatever comes new on the market, we want to have it straight away. Das ist so diese Zeit, in der wir leben. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und es gibt diesen Begriff Megatrends. Und diese Megatrends sind so in Trend gekommen, dass jeder sagt, das ist mega. And this Megatrends has become so in Trend, that they say it's mega. And everyone wants to be a part of that Megatrend. Aber wisst ihr, hier gibt es gerade eine Verheißung in das, was wir gerade gelesen haben. And you know, there is a promise in that, what we just read today. Jesus ist gestorben, er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, ist nach drei Tagen auferstanden. Jesus has died on the cross for us, and after three days he resurrected. Und nun sagt er den ersten Christen, wartet, damit ihr Kraft empfängt. And now he is telling the early Christians, wait until you receive. Und jetzt passt auf, wir lesen nochmal Vers 6 zusammen. And let us read verse 6. Die zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Versetzt euch mal in die Lage. Jesus sagt, ich verheiße euch etwas, und zwar den Heiligen Geist. Jesus sagt, I'm giving a promise, which is the Holy Spirit. Er stirbt mit seinem eigenen Blut für uns, er hinterlässt sein ganzes Leben für uns. Er stirbt mit seinem eigenen Blut für uns, hat die Schlange zertreten, den Teufel besiegt und ist auferstanden. Er hat auf den Schlangen und den Teufel zerbrochen, hat den Teufel zerbrochen. 40 Tage ist er mit den Jüngern zusammen mit den ersten Christen und erzählt vom Reich Gottes. 40 Tage he is spending time with the early Christians, with his disciples, and talking about the kingdom of God. Und jetzt in Vers 6, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? And in Vers 6 they are asking, Lord, has it time come for you to free Israel and restore our kingdom? Jetzt muss man sich doch fragen, war bei dem wirklich alles okay? And now we have to ask ourselves, is everything alright with them? Ich meine, Jesus spricht von dem Heiligen Geist. Jesus spricht über was komplett anderes. Jesus spricht über was komplett anderes. Und die Jünger reden hier vom Reich Israel. And the disciples are asking the Lord about Israel. Wisst ihr, manchmal ist es so, dass wir uns schnell in so Nebengleisen verlaufen. See, many times we run in different ways. Auch Christen, sie sind lange im Glauben, sie sind getauft, sind vielleicht wiedergeboren und wollen mit Gott ganze Sache machen. Maybe even Christians who are baptized and want to do a lot of things for Jesus. Und plötzlich nach so einer Zeit, in der man schon ein bisschen Christ gewesen ist oder ist, Sagt man, ich will mal bis ein paar in Nebengleisen mich verlaufen. Sometimes, maybe when you are walking a long distance as a Christian, you will start to get lost in different ways. Und das war so eine Frage, wo sich die Jünger verlaufen haben in Nebengleisen. And this is a way where the disciples got lost in. Es geht schnell. It happens fast. Man kann sich schnell in Nebengleisen verlaufen, obwohl man vielleicht denkt, hey, ich bin doch so ein Streberchrist. Und jetzt kümmere ich mich mal um tiefgründigere Fragen. You can easily get lost in a way where you think, okay, I am a Christian who knows it all. And suddenly you will try to dig out for deeper things and get lost. Und dann hat man die einfachsten Dinge nicht verstanden, von denen Jesus gesprochen hat. And then we don't understand the simplest things that Jesus has told us and get lost. Wisst ihr, es ist eine unveränderbare Wahrheit, dass der Heilige Geist uns verheißen worden ist. Und ebenso sagt dieser Geist, dass er in uns lebt und uns Freiheit bringen möchte. In the same way it says that that spirit lives in us and he wants to give us freedom. Und ebenso gibt es natürlich auch andere Geister, von denen uns die Bibel wahrt, im ersten Johannesbrief Kapitel 4. In the same way in 1 John chapter 4, there are different spirits, which the Bible is warning us about. Die Bibel warnt uns vor falschen Geistern. The Bible warns us against the wrong spirits. Gott möchte nicht, dass wir uns in Nebengleisen verlaufen und plötzlich falschen Geistern anhängen. He doesn't want us to get lost in wrong ways and just adapt to the wrong spirits. Gott möchte so gern, dass wir wirklich versiegelt sind mit seinem kostbaren Heiligen Geist. He wants us to be sealed with this Holy Spirit. Und wenn dieser Heilige Geist in dir Wohnung nimmt, And when that Holy Spirit resides in you, Dann lebst du nicht mehr länger, Dann lebst du nicht mehr länger, Sondern Christus lebt in dir. But Christ lebt inside you. Das Reich Gottes lebt in dir. The Kingdom of God lives inside you. Und überall, wo du hingehen darfst, darf sich Gottes Reich verbreiten. And wherever you go, the Kingdom of God will follow. Und dann musst du nicht unbedingt ständig Gott nach irgendwelchen Sachen fragen. Then you don't have to go to God and ask always for certain things. Du musst nicht fragen, Gott, wann wird das Ende sein? Then you don't have to ask God, when is the end gonna come? Jesus, wann kommst du denn jetzt endlich wieder? Jesus, when are you coming back? Ich vermisse dich. I miss you. Musst du doch gar nicht. Er lebt doch in dir. Er lebt doch in dir. Er lebt doch in dir. He is inside you. Die Bibel sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. The Bible says that we are the temple of the Holy Spirit. That's unbelievable. We hear it. Man hört es durch die Predigten. We hear it through the sermons. Man hat es gelesen. We read it in the Bible. Aber wie manifestiert sich das? Wie zeigt sich das? But how does this manifest in our life? Wie zeigt sich das, dass Gott wirklich in dir lebt, dass der Geist Gottes durch dich Menschen berühren will? How does the word manifest in us that Jesus himself is inside us and the Holy Spirit wants to manifest through us? You know the words in Acts chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witness telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea and Samaria and to the ends of the earth. At that time Jerusalem was the temple of God. Und jetzt sagt hier der Herr, du wirst nicht nur im Tempel Gottes mein Zeugnis sein. Now the Bible is saying, Jesus is saying, you're not going to be just a witness in the temple of God. Und auch nicht nur in Samaria und Judea, was für viele die Heimatstadt war. Not only in Judea und Samaria, which was a hometown for many people. Sondern er sagt, bis an das Ende der Erde werdet ihr meine Zeugen sein. But he's saying, to the ends of the earth, you are going to be my witness. Because you have received the power. Because you have dynamis inside you. Tell your neighbor dynamis, that's a Greek word. So that you wake up, say dynamis. Say it with some dynamis power, dynamis. That dynamis power we have received. That power we received. Not only just like that. Not to just say, hey cool, it's God that you are living inside us. When God puts something inside you and gives you a promise, then it has a higher purpose. Und durch den Heiligen Geist hat jeder einzelne von euch mindestens eine Gabe bekommen von Gott. And through the Holy Spirit you have received at least one gift in your life. Wofür haben wir es bekommen? Why did we receive it? Für die Erbauung aller. So that we can build many people. Damit wir einander erbauen. So that we can build each other. Die Gabe, die der Bruder Andreas hat, hab ich vielleicht nicht. Maybe I don't have the same gift that Brother Andreas has. Die Gabe, die der Pastor Dines hat, hab ich vielleicht nicht. Maybe that gift that Pastor Dines has, I don't have. Die Gabe, die Schamila Rochelle hat, hab ich vielleicht nicht. That gift that Schamila Rochelle has, I don't have. Aber wir können uns einander erbauen. But we can build each other with that gift. Amen. Amen. Jeder einzelne ist in einer Gemeinde wichtig. Every single person is important in the kingdom of God. Für die Erbauung aller. To build each other. Nicht damit wir uns selber irgendwie gut fühlen und sagen können, hey, and this and this tut Gott gerade. Not to just feel good and say, this and that God is doing through me. Sondern Gott tut es, um seinen Namen zu verherrlichen, um seinen Leib zu repräsentieren. But God is doing that to lift up his name, to represent his kingdom. Weil er seine Gemeinde baut. Auch durch dich. Auch durch dich. Denn er ist lebendig. Because he is alive. Und jetzt, wenn die Bibel sagt es, die ersten Christen fragen, ja, wann wird das Reich Israel wiederhergestellt? So now when the disciples, the early Christians, are asking, when Jerusalem is going to be built again, sehen wir, dass sie sich verlaufen haben. Then we see that they are lost. Und jetzt fragen wir nach der, und jetzt gucken wir mal, was Jesus sagt. And now let's see what Jesus is saying. Vers 7. Er sagte aber zu ihm, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat. The father alone has the authority to set those dates and times and they are not for you to know. Hör auf, dich mit Fragen zu beschäftigen, wo du gerade nicht weiterkommst. Hör auf, dich in Nebengleisen zu verlaufen und dann letzten Endes Gott die Frage zu stellen. Hör auf, dich in Nebengleisen zu verlaufen und dann letzten Endes Gott die Frage zu stellen. Gott ist gut. Er hat für alles seine Zeit bestimmt. Er hat für alles seine Zeit bestimmt. Aber wir haben einen Auftrag von Gott bekommen. Das zu tun, und zwar in der jetzigen Zeit. Und siehst du, wir leben in dieser Zeit, ich habe es am Anfang gesagt, wo der Zeitgeist sich ständig verändert. Und wir leben in einer Zeit, wo der Zeitgeist sich immer verändert. Der eine sagt das, die andere sagt das. Wir haben unheimlich viele Meinungen. Und Deutschland ist damit total einverstanden. Und Deutschland ist damit einverstanden. Wisst ihr, wenn man zum Beispiel über Gender spricht, dann hast du schon über Tausende von Meinungen. Wenn du über Ehebund zwischen Mann und Mann sprichst, hast du wieder Tausende Meinungen. Wenn du über Ehebund zwischen Mann und Mann sprichst, hast du wieder Tausende Meinungen. Aber angesichts des Wortes Gottes gibt es eine klare Aussage. Aber was die Wort sagt, ist eine Meinung. Dass Gott, eine klare Meinung, die Gott bereits gesprochen hat. Dass Gott bereits gesprochen hat. Und wenn Gott das anzunehmen hat, dann ist es unsere Aufgabe, das zu umsetzen. Und viele Menschen glauben es, nehmen es zwar an. Und sie bleiben stehen. Und sie bleiben stehen. Und sie schauen nach links, was macht der Bruder und was macht die Schwester. Und niemand beschäftigt sich ernstlich. Gott, was hast du mir gegeben. Und niemand versucht wirklich zu verstehen, Gott, was willst du mir machen? Für die Erbauung der Gemeinde. Für die Erbauung der Gemeinde. Gott, was ist mein Beitrag dazu? Und was ist meine Aufgabe, für die Kirche zu bauen zu werden? Jesus sagte, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Jesus sagte, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und er sagte, macht sie zu Jüngern. Und er sagte, tauf sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, wir fangen ganz einfach an. Geht hin. Geht hin. Geht hin. Weil wir jetzt nun Kraftempfang haben, dürfen wir gehen. Ich habe gesagt, es hat eine höhere Berufung. Ich habe gesagt, es hat eine höhere Berufung. Die Kraft empfangen wir, um zu gehen. Und um Menschen, um wirkliche Jünger zu machen. Und um Nachfolger Christi zu machen. Wir haben eben gerade gesungen, I have decided to follow Jesus. Wir haben eben gerade gesungen, I have decided to follow Jesus. Ja, ich bin bereit, Jesus zu folgen. Ich bin bereit, Jesus zu folgen. Aber ist dein Nachbar auch bereit? Aber ist dein Nachbar auch bereit? Sind deine Verwandten bereit? Sind deine Ängsten Freunde bereit? Sind deine Ängsten bereit? Und genau dafür hat Gott dich erwählt? Damit du ein Zeugnis bist. So that you can be a witness. As it says in Acts chapter 1, we say this, so that you can be my witness. Wir wollen oft in die ganze Welt gehen, was es ja auch gegen Ende heißt. Sie werden meine Zeugen bis ans Ende der Erde. Aber als allererstes, lass uns doch ein Zeugnis in der Gemeinde sein. Aber bevor wir zum Ende des Weltes gehen, lass uns ein Zeugnis in der Kirche sein. Und anschließend in Samaria und Judäa, das heißt in deiner Nachbarschaft, bei dir zu Hause. Und dann in Judäa und Samaria, das heißt in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Und die anderen werden sie folgen. Denn Gott hat Prinzipien. Denn Gott hat Prinzipien. Und wenn wir uns diesen unterordnen, werden wir sehen, wie Gottes Kraft durch dein Leben, durch mein Leben, durch jeden einzelnen Strömen wird. Und wenn wir diese Prinzipien beobachten, dann werden wir sehen, wie Gott sich sich durch unsere Leben auszuschalten. Lass uns mal zusammen ausschlagen, Philippa 4, 8. Let's turn to Philippians, chapter 4, verse 8. Dort heißt es, Philippa 4, 8. Dort steht geschrieben, im übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein lieblich und wohltauend ist, irgendeiner Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Und es sagt in Vers 8, Wir sollen über liebliche Dinge nachdenken, über wohltuende Dinge. Dinge, die gerecht sind. Dinge, die rein sind, die ehrbar sind. Über was denkst du täglich nach? Vielleicht über deine Situation. Vielleicht, dass du gerade kraftlos bist. Vielleicht, dass die Menschen dich nicht mögen. Vielleicht, dass du selbst in Selbstmitleid verfällst. Und dann dich vielleicht auch sagst, hey, es ist mir alles so anstrengend. Vielleicht, dass du sagst, alles ist zu viel für mich. Aber hier sagt Apostel Paulus an die Philippa-Gemeinde, und es geht um Freude. Er sagt, denkt über die richtigen Dinge nach. Aber hier, Apostel Paulus ist mit der Philippian-Güttel und sagt, dass es alles um die Freude des Herrn. Und er sagt, denkt über die richtigen Dinge. Kurz gesagt, denkt über das Göttliche nach. Denkt über die himmlischen Dinge nach. Denkt über die Dinge, wie du näher an die Brust Jesu kommst. Let your thoughts be how to get closer to Jesus. Johannes war täglich an der Brust von Jesus. Jesus, John was always on the chest of Jesus. Er hat sich angelehnt. He leant on his chest. Jesus ist bereit, um deine Last zu nehmen, damit du dich anlehnen kannst. Jesus is ready to take your burden, so that you can lean on him. Wisst ihr, ich kann von mir persönlich sagen, wenn ich den Heiligen Geist nicht hätte, See, I can tell you for my personal life, if I haven't had the Holy Spirit, Dann würde ich nichts für Gott bewegen können. Dann könnte ich nicht hier stehen. Dann könnte ich gar nichts machen. Ich würde alles einpacken und nach Hause fahren. Und würde mich unter meiner Decke packen und weinen. Aber weil wir den Geist Gottes haben. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Brauchen wir keine Furcht mehr haben. We don't have to fear anymore. Gegenüber unseren Umständen. Fear about our situation. Gegenüber die Zeiten, die gerade los sind. Der Klimawandel hier und da. Alles geht dem Bach unter. Fear about anything, which is happening around in this world at this time. Du brauchst keine Angst zu haben. You don't have to have fear. If God is with you, who can be against you? When the Lord of Lords is inside you, who can be against you? In 2 Corinthians 4, verse 16, it says, dass es eben nicht nur ein Tag ist der Entscheidung, sondern dass wir von Tag zu Tag erneuert werden. That is not just one day, but it's a renewal every day that is happening inside us. Jeden Tag mit Gott zusammen zu sein. Every day to spend time with God. Darin liegt das Geheimnis. That's the secret. Wisst ihr, wir haben einen Gott. We have a God. Der einen Vollzeitjob ausrichtet. He is doing a full-time job. Er arbeitet. He works full-time. Er tut es. He is doing it. Und es gibt dann einen Tag im Schöpfungsbericht, wo er ruhte. And there is one day in the creation which is saying that he rested. Aber er arbeitet. But he is still working. Für dich. For you. Damit du ruhen kannst. So that you can rest. Wir haben einen liebevollen Vater. We have a loving Father. Der durchgehend für uns kämpft. He is fighting for us. Wir haben einen liebevollen Vater, der das Unmögliche möglich macht. Wir haben einen liebevollen Vater, der die Kranken heilt. Wir haben einen liebevollen Vater, der die zerbrochenen Herzen wiederherstellt. Wir haben einen liebevollen Vater, der die zerbrochenen Herzen wiederherstellt. Und wenn wir das doch wirklich glauben als Gemeinde. Wieso machen wir nur einen Teilzeitjob für ihn? Wenn wir einen Vollzeit-Gott haben. Unser Gott schläft und schlummert nicht, sagt das Wort. Er wacht über dich. He is watching over you. Bist du wachsam in deinem Leben? Bist du wachsam und bist hungrig, von Gott mehr zu erleben? Wisst ihr, es gibt so einen Moment in unserem Leben, wo wir sagen können, ah ja, ich habe alles verstanden mit meinem Intellekt. Sie sehen, es gibt genug Menschen, die haben bereits schon alles begriffen. Aber sie können es doch gar nicht umsetzen. Weil sie noch nicht durch den Geist Gottes neu geboren sind. Weil sie nicht durch den Geist Gottes neu geboren sind. Der Geist Gottes ist noch nicht in ihn wirklich eingezogen. Der Geist Gottes ist noch nicht in ihnen wirklich eingezogen. Es geht darum, dass der Geist Gottes in uns einzieht. Und dass dieser Geist Gottes uns von neu heraus transformiert. und von dort aus wird Gott arbeiten. Wenn wir nicht durch den Geist Gottes wiedergeboren sind, dann können wir nicht in das Reich Gottes. In Johannes Kapitel 3 lesen wir von einem krassen Ereignis. Lies das Zuhause für dich in Ruhe nach, ich fasse das kurz zusammen. Da kommt ein Mann, der hat alles mit dem Intellekt verstanden. Er war im Tempel tätig. Er war einer der hohen Räder, der in dem Hohen Rat saß. Er war einer der hohen Räder, der in dem Hohen Rat saß. Ihr habt schon mal von ihm gehört. Und dieser Nikodemus schleicht sich einfach mal an Jesus, um zu erfahren, wie es doch Jesus eigentlich meint. Und in diesem Moment sagt Jesus, das, was aus dem Fleisch ist, ist Fleisch, aber das, was aus dem Geist ist, ist Geist. Und in diesem Moment sagt Jesus, was aus dem Fleisch ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist ist, ist der Geist. Und diejenigen, die nicht aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, können nicht in das Reich Gottes. Es ist unglaublich. Er sagt, ohne Wasser und ohne Geist könnt ihr nicht zu mir. Er sagt, ohne Wasser und Geist könnt ihr nicht zu mir kommen. Und deshalb ist es so wichtig, in der Verbundenheit mit dem Geist Gottes zu leben. Und deshalb ist es so wichtig, mit dem Wasser verbunden zu sein, was das Wort Gottes ist. Und deshalb ist es wichtig, mit dem Wasser verbunden zu sein, was das Wort Gottes ist. Es reinigt uns. Es macht uns gerecht. Es lässt uns über ehrbare Dinge wirklich nachdenken. Es macht uns über ehrbare Dinge wirklich nachdenken. Und heute ist ein Tag, wo wir uns selber reflektieren können. Und heute ist ein Tag, wo wir uns selber reflektieren können. Are we just coming together, because we are coming together? Weil wir ein bisschen Kirche machen wollen? Because we want to do a little bit church? Oder weil wir wirklich Kirche leben wollen? Oder do we really want to do church? Willst du nur ein bisschen Kirche mitmachen? Oder willst du Kirche leben? Oder willst du Kirche leben? Jesus hat Kirche gelebt. Jesus hat Kirche gelebt. In Worten und Taten. In his works and his doings. Und die Jünger Jesu haben Kirche gelebt. Die Disciples of Jesus, they lived the church. Sie sind nicht aus Routine irgendwo mal hingegangen. They didn't just be a... They wasn't just a part of a routine and went from it. But they received the power of the Spirit. Und wussten, jetzt kann ich was bewegen im Reich Gottes. And knew that they can move something in the kingdom of God. Gott möchte durch dich Menschen in Bewegung setzen. Gott kann move something from you through you. Denk nicht, dass nur Gott durch bestimmte Menschen arbeitet. Don't think that God can just move through certain people. Er arbeitet durch Menschen. Die sich vor ihm einfach demütigen. Die sagen, Gott, ich kann nichts ohne dich. Und das ist mein tägliches Anliegen. Jedes Mal sage ich, Gott, ich kann nichts ohne dich. And that's what I always pray about and say, God, I can't do anything except with you. Vielleicht seht ihr manchmal den Tannern, der so stark draußen rumläuft oder wie auch immer. Maybe you see the Tannern who is always strong and walking outside. Aber eines der Dinge, die in meinem Herzen immer vor Gott sind, sind diese Dinge, dass ich sage, Gott, ich kann nichts ohne dich. But one of the things I always bring in front of God and say, God, I can't do anything except with you. Und ich möchte, dass wir das als Gemeinde verstehen. Wir können einige Dinge bewegen. Ja, das stimmt. Wir können die Bibel lesen und Fragen darin haben. Wir können selber mit Jesus 40 Tage gesessen haben und geredet haben. Aber wenn wir nicht durch den Geist Gottes erneuert sind, dann gilt es, unser Leben heute und hier zu reflektieren. Dann müssen wir uns selber einen Spiegel vors Auge halten und sagen, Gott, hier bin ich. Und sagen, Gott, hier bin ich. Gott, wo sind meine Macken? Gott, wo bin ich noch veränderbar? Gott, wo kann ich mich noch mehr hingeben für dich? Und hier möchte ich mich erniedrigen vor dir. Und du wirst sehen, wie Gott Dinge tut. Und du wirst sehen, wie viele von euch erleben Gott im Alltag. Wie viele von euch erleben Gott im Alltag? Gott ist lebendig, Freunde. Gott ist lebendig. Gott ist lebendig. Du darfst ihn jeden Tag erleben. Jeden Tag. Bist du bereit? Öffnest du dein Herz für ihn? Nicht nur, dass wir am Sonntag unser Herz öffnen. Wisst ihr, der Teufel, er versucht uns in aller Hinsichten. Und er versucht uns von dieser Gegenwart, von dem Geist Gottes, an dem du so hängst, er versucht, dich zu entreißen. Und er weiß ganz genau, ohne den Geist Gottes, das heißt, wenn du nicht mehr sensibel bist für die Stimme des Geistes, kann er dich attackieren. Wenn ich heute nur hier eine schöne Predigt machen wollte, er könnte dich noch eine schönere Predigt machen. Aber das ist heute gar nicht meine Herzensabsicht. Ich möchte heute in dein Herz hinein sprechen. Dass du dich selber reflektierst. Wisst ihr, für den menschlichen Verstand ist es manchmal unmöglich, die Wirkung des Heiligen Geistes überhaupt nachzuvollziehen. See, for us, for our human mind, it's said it's very hard to understand the moving of the Spirit. Aber das, was der Heilige Geist wirkt, das ist wahrnehmbar. Du kannst es sehen, was Gottes Geist tut. Es gibt Menschen, die fragen mich ständig, zeig mir doch Gott, zeig mir doch den Geist Gottes. There are many people who come to me and say, okay, just show me who God is, show me how the Spirit of God is. Wisst ihr, das hätte ich damals getan, hätten die mich nach meinen Göttern im Hinduismus gefragt. Da hätte ich eine Statue genommen und hätte gesagt, siehst du, das ist Ganesha, das ist der Shiva. See, if they would have asked me that long time ago, when I was a Hindu, I could have just picked up a statute and say, this is Ganesha, this is this and this God. Da hätte ich die Statue nehmen können und sagen können, hier, das ist das, was ich früher angebetet habe. That was so easy, that I could have just taken that statute and put it and say, this is the God, who I worship. Aber wenn mich heute jemand fragt, zeig mir Gott. Aber wenn mich heute jemand fragt, zeig mir Gott, dann ist die erste Frage von mir, dann ist die erste Frage von mir, dann ist die erste Frage von mir, kann ich für dich beten? Kann ich für dich beten? Hast du irgendetwas? Hast du vielleicht irgendwelche Schmerzen? Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir helfen? Und wenn die Menschen ja sagen, und du betest für die Menschen, und die Menschen sehen die Folgen des Gebets, und die Menschen sehen die Folgen des Heiligen Geistes, dann wissen sie, dass das das Wirken des Heiligen Geistes ist. Dann wissen sie, dass Gott real ist. Und dann wissen sie, dass Gott real ist. Ich möchte euch in ein kleines Zeugnis mit reinnehmen, was mir gestern passiert ist. Gestern, wo ich laufen war, war ich ganz locker joggen gewesen. Das mache ich manchmal, um meinen Kopf einfach ein bisschen frei zu bekommen. Und ich boxe gegen den Teufel. Oder ich bockse gegen den Teufel. Obwohl ich weiß, ich kann nicht gegen ihn gewinnen. Nur Jesus gewinnt gegen ihn. Aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir körperlich, geistlich und seelisch stark sind. Es ist wichtig, dass wir in unserem Körper, Mind und Seel sind gezwungen. Also kann ich euch empfehlen, joggen zu gehen. Joggen ist immer gut. Otti, joggen ist gut. Wir können auch mal zusammen als Gemeinde laufen gehen, wenn ihr Lust habt. Maybe we can run as a church together. We can do a workout together. Und ich war mit Musik mit Lobpreis und war am Laufen und hab einfach mit Gott gesprochen. And I just put on worship music and I was just speaking to God. Klar gibt es Momente, wo man sich hinkniet. Klar gibt es Momente, wo man die Bibel aufschlägt und zu Gott betet. Aber es gibt auch solche Momente, wo du in der Bahn fährst, joggen bist, Fernseher, was weiß ich. Aber wo du mit Gott kommunizierst. There are moments where you can kneel down and pray and do something, some things. But there are also times where you can run or sit in the train or whatever and connect to God. In deinem Alltag, wo du dir wieder bewusst wirst, krass, der Geist Gottes lebt in mir. And then you can see in the daily life that the Spirit of God is inside you. And yesterday I understood it again. Wisst ihr, wenn man manchmal benebelt ist von der Arbeit oder von anderen Stresssituationen, kann der Teufel schnell einen von diesen Dingen ablenken. See, when you are full of work and stress of anything in your life, then the enemy will just try to take your thoughts from the main thing. I don't know how it's in your life, but I'm speaking about my life right now. Und als ich dann laufen war, war dort ein Mädchen und sie winkte mir zu und meinte, hi. While I was running, there was a girl. I don't know why it's a girl, but she was just waving. Say hi. Es war ein Mädchen. So, und ich bin dann wie Josef noch schneller gerannt. And I was like, Josef, and run even faster. Und ich bin dann gerannt und hab mich dann an eine Bank gesetzt. And then I was running and sitting somewhere else in a bench. Um mich auszuruhen. Und hab ein bisschen nach Luft geschnappt und so weiter und so fort. Und das Mädchen kam dann in diesem Moment zu mir. Und wir kamen ins Gespräch. Und ich sagte, dass ich studiere und solche Dinge. Und sie sagte, mein Papa wird auch. Also er ist auch Lehrer, er ist Physiklehrer. Und dann hab ich gesagt, okay, das ist schön. Und wie sieht's bei dir aus? Glaubst du an Gott? Weil ich im Vorfeld gesagt habe, dass ich, ja, Rallye mache. Und dann war sie total interessiert. Ich hab sie einfach nur gefragt, glaubst du an Gott? Und dann hat sie angefangen, richtig viel zu reden. Und dann hat mir erst mal Gott wieder beigebracht, richtig zuzuhören. Und dann hat Gott mir erst mal beigebracht, richtig zuzuhören. Und das war die erste Lektion an dem Tag für mich. Und dann kamen die anderen zwei Freunde. Und weil ich, ja, auch nach Hause wollte. Und weil ich das so stark auf meinem Herzen hatte, was Gott in dem Moment tun wollte. Und ich fragte diese drei Mädels, hey, habt ihr vielleicht Schmerzen? Und ein Mädchen sagte, ja, ich hab Handgelenkschmerzen. Die andere sagte, ich hab Knieschmerzen. Und dann hab ich nur gefragt, wollt ihr was Abgefahrenes mit Gott erleben? Ihr habt jetzt vielleicht genug Theorie aus dem Rallye-Unterricht gehört, aber wollt ihr jetzt wirklich mal Gott erleben? Und sie gab mir die Hand, dieses Mädchen hieß Liane und sie war total mutig, meinte, ich bin die Erste und streckte sofort ihre Hand aus. Und dann ein ganz kurzes Gebet, weil es liegt nicht an unserer Zunge, sondern an der Wirkung des Heiligen Geistes. Und ich hab so stark gemerkt, wie Gott selbst die unbekannten Menschen für mich so stark liebt. Und ich betete, das Mädchen wurde geheilt und ihre Augen gingen auf. Und sie sagte zu ihren Freundinnen, hey, was ist passiert? Was hat er getan? Und die andere Freundin ist direkt über die Wiese weggelaufen, weil sie dachte, ich bin Außerirdischer. Im Dunkeln, im Dunkeln, einfach durch den Wald. Und sie sagte, hey, wo läuft eure Freundin? Und sie sagte, ja, sie hat wahrscheinlich Angst bekommen. Und ich hab gesagt, das war nicht in meiner Absicht. Und dann hab ich gesagt, gut, er hat Knieschmerzen. Hat ihr die Freundin Knieschmerzen? Meinte ich, Liane, komm, dann lass uns doch zusammenbeten. Und Liane war mutig, sie kam und betete mit. Unglaublich, oder? Dass Menschen, die Gott eigentlich nicht kennen, direkt bereit sind, mitzubeten. Wie krass müssten wir eigentlich beten? Wie krass müssten wir füreinander beten? Und Liane legte die Hände auf, ich auch mit, und wir beteten zusammen, und das Mädchen wurde geheilt. Und sie sprang auf und hüpfte und freute sich. Die Entreißerin hier, die in den Wald gelaufen ist, kam dann wieder zurück. Und die Frau, die weggeflogen, rief zurück. Und ich konnte sagen, hey, setzt euch hin, ich erzähle euch jetzt von Gott. Und alle drei haben das Evangelium gehört. Was möchte ich euch damit sagen? Gott hat mich gestern daran erinnert, dass der Geist Gottes in mir lebt. Auch unter den Umständen, wenn du Stress hast. Auch unter den Umständen, wenn du, keine Ahnung, gerade so beschäftigt bist, dass du denkst, Gott, ich kann gar nichts für dich machen. Und plötzlich bringt Gott dir eine Situation. Und plötzlich bringt Gott dir eine Situation. Um dich wieder zu ermutigen. Um dich wieder zu ermutigen. Und genau diese Ermutigung möchte ich heute euch als Gemeinde als Ermutigung weitergeben. Damit du im Alltag das Wirken des Heiligen Geistes auch erlebst. So that you can also experience the movement of the Holy Spirit in your daily life. Ist es wichtig, dass du dich nicht in Lebengleisen verlierst. It is important that you don't get lost in different ways. Sondern verstehst, dass der Geist Gottes bereits in dir lebt. Und jetzt die Schritte gehst. Und Gott wird Menschen berühren. Weil er die Menschen liebt. Weil sein Werk am Kreuz war unbezahlbar gut. Weil sein Werk am Kreuz war unbezahlbar gut. Es war gut. Und es war gut. Seid ihr da? Es war gut. Und wenn wir das neu verstehen, wenn wir nicht aus reiner Routine immer wieder in die Gemeinde kommen und das neu verstehen, werden wir Gott wieder neu erleben. Und wenn ihr nicht einfach in eine Routine fallen und einfach in die Kirche kommen, aber Gott auf der täglichen Basis erleben, dann werden wir einfach in die Kirche kommen. Und jetzt möchte ich euch fragen. Und heute möchte ich euch fragen. Das ist jetzt euer Part. Das ist euer Part. Wie viele von euch möchten wirklich einen Durchbruch haben? Wie viele von euch wirklich einen Durchbruch haben wollen? Wie viele Menschen sagen, Hey, es reicht noch nicht da, wo ich stehe. Ich möchte noch näher ans Gottes Herz. Wie viele von euch sagen, Es ist nicht genug, wo ich stand. Ich will mich noch näher an Gott. Wisst ihr, man kann stehen bleiben. Man kann sagen, Hey, es ist super toll. Ich habe doch alles. You can stand still and say, Yes, I have everything. Ich habe eine glückliche Familie. Ich habe eine eigene Bibel. Ich habe eine eigene Bibel. Ich habe meine Geschwister hier. Ich habe meine Brüder und Schwestern hier. Es reicht mir doch. Das ist genug für mich. Ist das wirklich das, was Gott durch dein Leben tun will? Ist das wirklich das, was Gott durch dein Leben tun will? Ist das nicht viel mehr, dass Gott durch seinen Geist Menschen berühren will? Gott möchte dir einen Durchbruch schenken. Gott möchte dir einen Durchbruch schenken. Er möchte dir einen Durchbruch schenken. Er möchte dir einen Durchbruch schenken. Durch seinen Heiligen Geist. Durch sein Heiliges Spirit. Und wenn du diesen empfängst. Wenn du eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hast. dann wirst du nie mehr derselbe sein. Und mein Lieblingstreffen ist es, dieses Treffen mit dem Heiligen Geist. Nur du und der Geist Gottes. Wenn die Musik, die spielen super, aber wenn die Musik nicht da wäre, wenn unsere liebevollen Geschwister nicht da wären, ich rede nur zu dir jetzt als Individuum. I'm speaking to you personally, if your brothers and sisters were not there, nur du und sonntags ist Gottesdienst, würdest du in den Gottesdienst kommen? Would you come to the church? Wenn Jesus da bebeten, der ja. Amen. Amen. Das ist die richtige Antwort. Es geht immer um Jesus, Freunde. Es geht immer um Jesus. Und wenn du Jesus treffen willst, du kannst ihn treffen, aber das ist ein spezieller Tag, wo wir ihn neu begegnen. Und das ist ein spezieller Tag, wo wir ihn neu begegnen. Deshalb feiern wir diesen Auferstehungsgottesdienst an einem Sonntag am ersten Wochentag. Und die Bibel ermutigt uns, in die Gemeinde zu kommen. Und die Bibel ermutigt uns, in die Gemeinde zu kommen. Damit wir uns einander ermutigen. Damit wir uns einander ehrbar begegnen. So that we can meet each other honorably. Amen. Amen. Wie viele von euch wollen wirklich Gott neu begegnen? Neu begegnen? Eine neue, eine neue Erkaufung, eine neue Erkaufung. Wir haben Stückweise, Paulus sagt es, wir haben Stückweise Gott erkannt. Stückweise. Aber die volle Herrlichkeit Gottes haben wir noch nicht ergriffen. Er ist so herrlich. Er ist so glücklich. Und deshalb ermutige ich dich, wenn du heute Gott begegnen willst, öffne dein Herz. Wenn du merkst, du bist geistlich abgestumpft. Wenn du verstehst, ja, es gibt noch mehr, ja, Gott ist derjenige, der mich wieder lebendig macht. Und wenn du verstehst, es gibt mehr, dann musst du verstehen, dass es Gott, der dein Leben wieder wieder macht. Dann sei heute ein Johannes und lehn dich an Jesus. Dann sei ein John und lehn dich an Jesus. Und ruhe dich aus in seiner Gegenwart. Und lasse dich von ihm füllen. Und lasse dich von ihm füllen. Dass dein Becher überfließt. Dass dein Becher überfließt. Dass dein Becher überfließt. Und genau in diesen Part möchten wir jetzt rein. Und das ist die Zeit, wo du jetzt aufstehen kannst. Und das ist die Zeit, wo du kannst du aufstehen kannst. Hey guys, I hope the sermon was a blessing for you. We will be uploading our Sunday sermons every Thursday on this channel. So please subscribe to this channel. Press the bell button below so that you can get notification every time we upload something. If you are living close by, we would love to see you. Come and fellowship with us. Come worship God with us. Our details are listed below. If you have any prayer requests, we are ready to pray for you. Come follow us on Facebook and Instagram and be blessed. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you.